Hi, ich bin Mädchen aus Berlin. Das ist die wunderbare Nuria Edwards, die wird in meinem Lied die zweite Stimme singen. In meinem Lied geht es, wie in eigentlich fast allen meinen Liedern, um die nicht erwiderte Liebe zwischen Wedding und Alex. Ich trete für den wunderbaren Bezirk Buch an, weil ich dort geboren bin. Ich war seit meiner Geburt nicht mehr hier, wusste gar nicht mehr, wie das hier aussieht. Schlimm.